Ardha, Nishadhana, wörtlich das halbe Niedersetzen, ist eine Stellung der Demut und der Anbetung und der Verehrung. Sie geht wie folgt, setze dich auf die Fasen, gib die Hände vom Brustkorb zusammen und senke den Kopf leicht. Das ist eine schöne Stellung für den Anfang der Meditation, für das Ende der Meditation. Ardha, Nishadhana, halbes Niedersetzen. Du kannst von hier aus dich auch ganz nach unten verneigen oder du kannst den Kopf ganz aufrechten und gerade setzen. Ardha, Nishadhana, also eine schöne Übung zu Beginn und Ende der Meditation oder auch morgens beim Aufwachen und abends beim Einschlagen. Schlafen.